immer noch willkommen bei der zweiten Runde der zweite, wir haben ja beide doch gewonnen dritte Runde stoppt die Übertragung Oh, ne? so ne, mein Potschreit noch gefehlt so ne, mein Potschreit noch gefehlt was brauchen wir denn da? Was brauchen wir denn da? Jäger Alles Ich nopper waiter mehr Wisst ihr welche Map ich seit dem Release nicht mehr zockt habe? Ford base man Ja ich auch nicht Gibt's die eigentlich noch? Wenn ihr Nintendo Switch spielt und in Japan rumhinkt, ist ja klar, dass ihr nicht mehr gespielt habt. Wir haben wie tausendmal gespielt in der Zeit. Tausendmal nicht, äh, 23mal. Ach, ich will sowas gar nicht haben. Ach, ich will sowas gar nicht haben. Das nächste Ziel ist die Xbox-Rubio. Genauso wie du bei Ghost Recon nicht diesen Deutschland-An-Aufnäher haben wolltest, ne? Ja, doch nur 5 Euro gekostet oder so. Boah, scheiße. Nee, aber alle Flaggen, nicht bloß eh nur. Vor allem als ob man alle Flaggen haben will. Ja, aber du hast die 5 Euro nur wegen... Ja. Ich glaube die Luxemburgische gibt's nicht, die haben sie ja nicht mehr drin gemacht. Das ist zu unwichtig. Doch. Braucht ja auch keiner. Nee, keine Ahnung. Also ich würde auch keine 5 Euro dafür ausgeben. Doch, ich wollte es haben. Wollte ich dann doch. Wollte ich dann doch. Äh, wenn wir hier haben, können wir hier noch schließen. Die Xbox-Scorpio, die wird bestimmt geil. Ach, die Türen jetzt zu, also zwei Leute reichen in dem Raum. Hör mal zu. 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 Da war ne Drohne. Da war ne Drohne. Ne Twitch Drohne? Ne. 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 Nur ne Ecke gesehen. Nur ne Ecke gesehen. Ja, Franzi, da läuft einer. Ja, Franzi, da läuft einer. Weißt du, Blitz habe ich selbst noch gekriegt? Blitz habe ich selbst noch gekriegt? Stefan hinter dir sind in den Raum, glaube ich, dran. Nee, nee, nee. Nee, Jacket haben die. Boah! Boah! Sauber. Aber erstmal hat hinter mir noch einer. Der Jackal war bei Blitz. Gibana. Gibana. Achso. Achso. Hab einen Monfus erwischt. Hab einen Monfus erwischt. Noch einen. Noch einen. Ein Tier. Ein Tier. Ah. Ah. Biver Frost, die kommt so langsam vorne. Kommt so langsam vorne. Die schießt eine Granate da rein. Wer ist was? Nee. Fuck. Sorry. Keiner kommt. Nee. Oh, der hat noch minimal. Oh, der hat noch minimal. Wenn's ruhig ist, die Jungs machen das schon. Wenn's ruhig ist, die Jungs machen das schon. Geil. Was? Die Drohne? Was? Die Drohne? Okay. Granate unter die Tür. Okay, Granate unter die Tür. Okay. Granate unter die Tür. Wir müssen jetzt gleich reinkommen. Tommy guckt, ist die Tür on offen auf der anderen Seite hier, ne? Ist die Tür on offen auf der anderen Seite hier, ne? Ja. Nice. Nice, Erik. Alle Kitzklaut hier. Warum hast du das Ding so gemessert, ne? Warum hast du gemessert? Ich hab alles sauber angeschossen. Ich bin sehr spannend dabei. Du hast alles down, ne? Ja, schön. Ja, was aber. Er wie grad eben auf Konsulat. Auf Konsulat. Tommy, wir haben die uns alle vor. Ja, Erik Reikich, haben die drei Assists. Nein. Ja, mit der Pumpe kann ich das nicht so kontrollieren. Ich hab extra einmal gemessert, damit ihr den Kill macht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hallo. Hallo. Ich dachte, ich schieß mich erst mal auf den Boden und dann, äh, warte ich auf den nächsten, der reinkommt. Dass du schon oft hier auf den Boden noch einfach mal wegkommst und so. Ja, Erik, das kommt aber geil, dass du die Stelle ändern sollst. Tommy, gib doch zu, du wolltest die alle noch teabingen. Ja. Ja, gleicher Raum. Ja, ja. Ja, ja. Hab ich mir gedacht. Gen Flutten, Dreier gewesen. Gen Flutten, Dreier gewesen. Gen Flutten, Dreier gewesen. Der Team? Verwehlter ist im Team. Wo war die hin gelaufen? Ja, die war in dem Raum, wo ich drin war. Nee, kann ja nicht drüber gänse ich spielen. Nee, kann ja nicht drüber gänse ich spielen. Ah, die hat hier ein Loch reingemacht. In der Wand. Oh, oh. Vorsicht. Weil jetzt hier man meine Drohne sieht. Weil jetzt hier man meine Drohne sieht. Ja, ja. Ja, ja. Erik, das ist da, wo ich eigentlich reingehen wollte. Erik, das ist da, wo ich eigentlich reingehen wollte. Ja, ja. Das machen wir auch. Ja, müssen wir aufpassen. Puls rennt, äh, auch auf dem Symfron. Komm draußen. Draußen. Hängt an die Camps. Hängt an die Camps. Oh, wenn ich wüsste, wo die hier hängen. Ja, ganz genau. Genau das Clash gerade ist heim. Die eine Camp, die ich kenne, die ist schon wegge... Favela, ähm, Favela, warum nenne ich die ganze Zeit Favela? Cavera liegt sogar wirklich da in dem Loch. Aber die ist jetzt weg, weil die meine Drohne gesehen hat. Aber die ist jetzt weg, weil die meine Drohne gesehen hat. Also ein AVS habe ich weg, aber hier ist keiner im Raum. Smoke ist hier auf. Spray einfach mal durchs Fenster, Erik. Ja, ja, aber der hat da gerade aufgemacht. Pass auf. Alles cool, alles cool. Alles cool, gebe ich einfach bei einem Headshot, ja. Alles cool, gebe ich einfach bei einem Headshot, ja. Alles cool, gebe ich einfach bei einem Headshot, ja. Das ist noch Jäger. Das ist noch ein Dritter, ey. Äh, in der Tür war der. In der Tür war der. In der Tür war der. Also er ist im Raum. Das war uns los. Ja, links in der Tür. Okay, jetzt ist der vorgegangen. Okay. Jetzt ist der vorgegangen. Ja. Boah, fuck. Das war super, Emil. Ich habe nicht mitgerechnet, dass da noch ein Dritter dann reinläuft. Ich habe nicht mitgerechnet, dass da noch ein Dritter dann reinläuft. Ich habe nicht mitgerechnet, dass da noch ein Dritter dann reinläuft. Wo Stefan jetzt geht. Wo Stefan jetzt geht. Da geradeaus eigentlich. Da geradeaus eigentlich. Durch die Tür. Okay. Also links um die Ecke. Links um die Ecke. Bei dem Fenster wird bestimmt eine Motte, eine Matte liegen für Stefan. Ja. Die Motte, Motte. Die frisst mir die Kleider weg, oder was? Ja. Die ist down. Nice. Die ist down? Nice. Sie ist durch die Tür, genau. Sie ist durch die Tür, genau. Ha, stark. Ah, fuck. Ah, fuck. Denk an die Matte. Denk an die Matte. Denk an die Matte. Boah. Hätte ich nur kurz, hätte ich nur zieren brauchen und abdrücken brauchen. Ja. Okay, also wie gesagt, die sind echt sehr offensiv. Okay, also wie gesagt, die sind echt sehr offensiv. Sehr kassiv. Sehr kassiv. Sehr kassiv. So, was nehme ich denn jetzt mal? Barbecue würde ich jetzt gehen. Barbecue würde ich jetzt gehen. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Sie. Barbecue. Sie. Sie. Pflegen. Sie. Pflegen. Ja, der Vertraute wieder seine Schrotze. Ja, der Vertraute wieder seine Schrotze. Ja. 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 Hier auf der Matte. Hier gibt's keine Freitier. Gar keiner. Hier gibt's keine Freitier. Gar keiner. Ja. 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 Hier im Raum. Alles zu klein. Ich mach eine Tür schon zu. Nein. Ich mach eine Tür schon zu. Nur noch 10 Sekunden. Hier fehlt noch einer. Hier fehlt noch einer. Hier fehlt noch einer. Ja. Hier geht's schon ein bisschen los. Gerade beim Fenster. Hier. Ja. Das auch. Nein. Ach, wie war hier, gebe ich doch Falt hier auf dem Herd, ja, die gerade neben einer. Ja, da. Ja, gerade neben einer. Woa, da fuck, was war... Oh, durch die Granate habe ich gerade voll verzogen, durch die Explosions, ey, aber das kann nicht sein, ey. Oh, das letzte hat nicht mehr viel. Oh, Stefan, die sind jetzt unter dir zu zweit wahrscheinlich. Die sind jetzt unter dir zu zweit wahrscheinlich. Die können dich stellen. Ich kann sagen, wenn einer hochkommt, Stefan. Ja, also, Vor-Tür. Hier, Rechtsseite. Ja, Twitch, Drohne. Alter, umfieße nicht. Bar-Tür, Bar-Tür. Schön. Ebenfalls hinter Bar. Kommt über Bar-Tür. Twitch kommt jetzt. Ah, fuck. Ah, fuck. Ja, da musst du mich spielen. Jekyll, der wird auch gleich kommen. Ja, der kommt jetzt. Ah, nee, der ist in die Küche. Ja, der wird probieren, jetzt, wenn es kommt. Ja, die drohen nicht. Die kommen jetzt gleich alle drei. Zweit. Ja, drei. Einer. Jetzt, sauber. Ah, da war die letzte, die Jasche. Ah, schade. Ich wollte nochmal rein, weil es war zu Zeit für die Tür. Ja, da hat alles, alles richtig gemacht, eigentlich, aber. Oh, boah, dann gibt die dir so einen Headshot, ey, das ist ja unglaublich. Ja, ja. Auf jeden Fall der offensive Ding, das war auf jeden Fall nicht durchprobiert. Ja. Ach, das ist das letzte nicht geholt, aber das ist auch wieder so ein Witz gewesen. Ich glaube, Füße hat keinen Wert bei denen. Ich glaube, Füße hat keinen Wert bei denen. Doch. Ja, die sind ja wenig im Raum. Ja, eben. Ja. Ja, eben. Viel aufgemacht und alles, also. Viel aufgemacht und alles. Genau. Ja. Als ich bei den Fenzern war, war schon fast alles offen. Okay, jetzt nimmt Franzel nur Fuse, um den Kiss zu machen. Trotzdem. Und dann zu sagen, guck, der ist doch gut, ja. Ja. Und dann zu sagen, guck, der ist doch gut, ja. Ah, der wird dich für jetzt geholt, oder so. Ja, Franzel weiß, was er macht. Vor allem beim Panzerwagenbereich. Ich vertraue dem, Franzel. Ich vertraue dem, und er sagt, er macht das, er macht das. Ja, Franzel macht das, er 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 macht das. Aber wir sind zu groß bei mir. Wir sind zu groß bei mir. Oben wieder. Oben, ne? Oben, ne? Oben, ne? Okay. Ja. Ja. Da ist dieser Scheißraum, ne, wo man immer umläuft. Scheißraum, ne, wo man immer umläuft. Oben ist gut, Franzel. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. 10 Sekunden, nicht einfach. Ich weiß gar nicht mehr. Wenn man da angreifen soll. Also mit Termite. Also mit Termite. Keine Ahnung. In der Safe. Reingehen, Kinks machen. Wo ist denn überhaupt der Raum? Ja, hier bei mir, glaube ich. Ja, hier bei mir, glaube ich. Da auf der Seite. Ah, ups. Ah, ups. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Mann! 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 Pff. Oh, ey. Auf der Seite. Dann krieg ich den Kopf nicht getroffen, ey, das kann nicht sein, ey. Das kann nicht sein, ey. Das kann nicht sein, ey. Da wo deutlich, da weiß ich nicht. Da kommt keiner basiert. Ach daMike. Ja, viel Spaß, Erik. Ja, viel Spaß, Erik. Danke. Schade. Du bist mit Gott, auch mit dem Tier. auf der anderen Seite Oben der Kamera Mach ein bisschen Krach, dann kommen die schon zu dir Ich glaube links hat er, also da wo du durchgegriffen bist Gerade aufs Türsch hat er da irgendwo was aufgemacht Gerade aufs Türsch hat er da irgendwo was aufgemacht Doch, da war Pulsik direkt neben dir Ach da! Doch da war Pulsik direkt neben dir Ach Erik! Puls M Pulsik Ach das sind sehr schifte Kerl Das sind sehr schifte Kerl Ach ich wollte nur noch eine Runde spielen Ich mach ne schöne Enthaltung Mach ne schöne Enthaltung Aber Stefan du spielst hier nicht wegen dem Gerät ne? Ich spiel den nicht wegen der coolen Sonnenbrille Ach so Aber Stefan du spielst hier nicht wegen dem Gerät ne? Ich spiel den nicht wegen der coolen Sonnenbrille Ach so Ach so Hast du alle deutschen Maps? Alle japanischen Maps Das wird auf dein Baubitür Das wird auf dein Baubitür Ach man die haben mich schon entdeckt Ach die haben mich schon entdeckt Oh Aua Sorry Ach ne du bist Ich dachte Franz wird Taranka Ich dachte Franz wird Taranka Wer hat noch Wende? Wer hat noch Wende? Ich Wie? Ich hätte noch Wende aber ich bin jetzt zu weit weg Boah Scheiße Ich bin jetzt hier rein aber rein Schnell Aufgestell Komm hier ist offen Komm hier ist offen Ich hin Ich komme hin Ich komme nach der Nase Ich kann mich in die Neu Ich bin in die Neu Ich bin in die Neu Ich bin in die Neu Aber ich habe noch eine Neu Ja, Moni, ha? Da guckst du, blöd. Ich schieße die Tür auf. Willkommens, warte. Der ist noch einer. Der ist noch einer. Jacker. Ach, Mann. Da waren zwei. Unten, unten. Und Stefan. Da sind zwei Stefan. Vorsicht. Boah, jetzt hab das kein Headshot war. Lauf weg. Noch Mathe. Da unten rechts von dir, Erik. Da rechts im Badezimmer. Da rechts. Sauerbar. Da, geradeaus, Erik. Geradeaus. Erik. Was, vor? Wo? Ich hab den nicht gesehen. Links in der Tür. Zur Küche. Und geradeaus auch. Ich hab den echt nicht gesehen. Oh, Mann. Er ist, er ist, er ist, er ist, er ist, er ist gerade beide drin gewesen. Gerade beide drin gewesen. Leg dich. Auf der einen Seite ist doch der Frost. Na gut, haben wir den müssen wenigstens hinter uns. Ah, ich hasse diese Mappe. Das ist so eine dreckige Mappe. Nur ausgelegt für dreckige Offensivspieler, wie die es sind. Hauptsache viel... Ah, da krieg ich direkt ne Nachricht. Na, ist klar. Wie? Du bekommst die Nachricht? Ja, ich hab ne Nachricht bekommen. Ja, ich hab ne Nachricht bekommen. Wegen? EZ? Hat der geschrieben? Ah. Hat der geschrieben, ja. EZ! EZ! Easy! Ja, das war's für mich. Gute Zeit. Ja, das war's für mich. Gute Zeit. Ja, das war's für mich. Ich hab den.